Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen, und ich informiere Sie in der heutigen dritten Folge über das Kompetenzfeld Kundenzufriedenheit. Im Rahmen des Vertriebscontrollings ist der Bereich der Kundenzufriedenheitsmessung ein bedeutendes Kriterium. Sie vermitteln einerseits Ihrem Kunden ein Gefühl der Beachtung und Wertschätzung und gleichzeitig erhält Ihr Unternehmen ein unmittelbares Feedback über die Qualität ihrer Produkte zum Vertrieb und den After-Sales-Dienstleistungen bzw. Services. Es ist relativ einfach, zum Beispiel jeder Auslieferung einen kleinen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit beizufügen. Sie erreichen so, dass sowohl sehr zufriedene, begeisterte Kunden als auch weniger zufriedene Kunden Ihnen eine Rückmeldung geben. Diese direkte Form der Marktbefragung bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, schneller und direkter zum Beispiel auf Veränderungswünsche bzw. Verbesserungsvorschläge zu reagieren. Wichtig ist, dass Sie jedes Kundenfeedback verfolgen und bearbeiten. Häufig wird in Vertriebsorganisationen auf die Messung der Kundenzufriedenheit verzichtet. Das hat dann zur Folge, dass die Kundenzufriedenheit lediglich subjektiv eingeschätzt wird und kaum noch dem realen Bild entspricht. Dadurch entsteht eine schleichende Selbstzufriedenheit, die an den tatsächlichen Marktentwicklungen und der Kundeneinschätzung deutlich vorbeigeht. Der Vertriebsleitende sollte aus diesem Grund stets den Kontakt zum Kunden auf kommunikativer Ebene suchen, um idealerweise ein Stimmungsbild aus erster Hand zu erhalten. Deshalb sind regelmäßige Kundenbefragungen in klar definierten Zeitabständen ein sehr probates und sinnvolles Instrument, um den aktuellen Zufriedenheitsgrad festzustellen und gleichzeitig am Puls der Zeit zu sein. Initiieren Sie dazu folgende erste drei Aktivitäten. Eine Zufriedenheitsabfrage nach jeder Leistungserbringung. Ein persönlicher Kundenkontakt zur Zufriedenheitsklärung. Regelmäßige Kundenbefragungen und Marktbetrachtungen. Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Optimierung des Kompetenzfeldes Kundenzufriedenheit. Im Teil 4 der Reihe Vertriebscontrolling, der Schlüssel zum Erfolg, informiere ich Sie gerne über das Kompetenzfeld Gebietsplanung. Herzliche Grüße, Ihr Michael Friedrich.